Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten, weil das ein Weihnachts-Special sein wird. Und zwar wollte ich in diesem Video, wie ihr uns schwer im Titel erkennen konntet, eine Maus verlosen. Und zwar die Razor Abyssus. Und ich habe keinen Namen, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe es schon. Ich bin jetzt nicht so gut im Namen aussprechen. Und meine Namen sind echt halt am schwierig. Also sorry dafür. Auf jeden Fall hatte ich letztes Jahr zu Weihnachten, war zu meinem Geburtstag. Ich weiß es noch nicht genau. Auch eine Maus verlost. Ich war mega froh, dass Razor da einen so unterstützt. Auf jeden Fall hatte ich mir halt gedacht, dass ich die dieses Jahr auch wieder anschreiben werde. Und habe gehofft, dass sie mir wieder was zuschicken werden. Und wie ihr seht, haben sie mir dieses Jahr auch wieder eine Maus zugeschickt. Und zusätzlich auch noch ein Mauspad. Da war ich auch mega froh drum. Weil ich habe gefragt, ob es eventuell auch noch möglich wäre, dass sie mir auch noch ein Mauspad zuschicken. Und ja, das haben sie auf jeden Fall gemacht. Deswegen bin ich echt mega, mega glücklich. Weil es gibt so viele YouTuber, das ist nicht allerhand, dass sie dann ausgerechnet mich unterstützen. Und weil ich jetzt auch nicht die allergrößte Reichweite habe. Also klar, gegen das zu anderen ist das schon groß. Aber nochmal gegen das zu anderen ist das dann doch klein. Ja, ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Auf jeden Fall bin ich echt mega froh, dass ich die Möglichkeiten dazu habe. Also danke auch an euch. Ich bin echt mega, mega glücklich, dass ich solche Chancen habe und mir sowas sozusagen ermöglichen kann. Und ja, ein großes, großes, großes Dankeschön also an Razer, dass sie mich bei sowas immer unterstützen. Ähm, ja, ich werde die Maus hier einfach mal einblenden, beziehungsweise den Karton, weil ich werde das nicht auspacken, weil es ja schließlich für euch ist und nicht für mich. Und falls irgendjemand noch interessiert, was ich für ein Mauspad habe, dann auch hier eine Einblendung davon gleich. Einige haben es ja vielleicht auch schon mitbekommen, ich habe auch schon von Razer eine Tastatur bekommen. Da habe ich auch nachgefragt, aber die hatten die momentan nicht zur Verfügung. Das finde ich auch nicht schlimm. Ich bin froh, dass ich überhaupt irgendwas bekommen habe. Ja, das wollte ich alles für mal ein bisschen so erwähnt haben. So, wie könnt ihr jetzt an diesem Gewinnspiel teilnehmen? Ja, also erstmal ein bisschen das Video liken und es wäre cool, würde ich mich auch abonnieren, weil das halt eine Verlosung an meine Abonnenten ist und ein Kommentar schreien. So, klar, abonnieren und liken kann ich im Endeffekt nicht überprüfen, ob ihr es getan habt, aber ich verlasse mich da einfach mal auf euch und vertraue euch da. Und generell, dass dann eine Person gewinnt, die auch wirklich ein Abonnent von mir ist, weil das wäre eigentlich schon ziemlich cool. Also, ja, ich werde die Sachen hier nochmal einblenden. Und zwar, solltet ihr in den Kommentar schreiben, warum ihr die Maus haben wollt, weil ich glaube zwar, ich werde das trotzdem mit einem Programm machen, der es dann so random irgendjemanden aussucht, aber ich werde dann auch darauf achten, ob das auch ein Kommentar ist, wo man so sieht, dass die Person sich da Mühe gegeben hat bei dem Kommentar. Ähm, ja, also achtet darauf, dass ihr euch auch Mühe gebt bei dem Kommentar, weil ich finde es manchmal doof, wenn da einige nur Hallo oder eh so ein, zwei Sätze schreiben, weil das kann jeder. Ja, deswegen würde ich mir wünschen, dass euch wirklich auch Mühe geht und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass ihr mir einen Snapchat-Namen, euren Instagram-Namen oder irgendeinen anderen Namen, Twitter, whatever, schreibt. Also eigentlich echt nur Snapchat, Twitter oder Instagram, damit ich euch auch erreichen kann, weil ich glaube, die YouTube-PNs gibt es gar nicht mehr. Und generell, wer achtet schon auf die YouTube-PNs, falls es die noch geben sollte, aber ich habe die letztes Mal nicht mehr gefunden. Ähm, ja, ich glaube, das habe ich auch alles Mögliche gesagt, was wichtig ist. Also ihr solltet ein Abonnent sein, ihr solltet, dass sie die geliked haben und das Wichtigste ist halt der Kommentar. Ja, danke auf jeden Fall an euch alle, dass ihr mich unterstützt habt, dass ich das hier alles so ermöglicht bekomme. Und ich hoffe, ihr genießt die Tage, die nächsten Tage und fahrt schon mit eurer Familie zusammen. Ich glaube, jetzt habe ich alles Wichtige gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, aber müsste auf jeden Fall so sein. Was mich auch mega freuen würde, ist, wenn ihr mir auf Snapchat folgen würdet. Denn, ähm, denn ich versuche auf Snapchat mega aktiv zu sein, genau das gleiche geht für Instagram. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, werdet mich das mega, mega freuen, würdet ihr mir da noch folgen. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann hast du eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.